Hey! Hey Leute! Aufstehen! Hey! Ja genau! Aufstehen! So! Hallo und herzlich willkommen zu neuen Part von Minecraft Survival! Bäh! 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 Okay, ich lass das. Ich hör auf. Sorry, aber... Spioniert der Villager uns grad aus? Nein, 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 nein! Das geht aber nicht hier! Nein, nein, nein! So, aber der Regen grad nervt. Äh, nervt gerade. Leute, ich mach kurz den Regen aus. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Ja, wisst ihr, ich werd... Ich hab ja in dem einen Part schon gesagt. Ich, äh, werde nicht richtig schicken. Ich werd höchstens sowas wie Top-Down-Fall oder so machen. Das, weil... Regen... Nervt einfach. Oder? Da seid ihr derselben Meinung. Hallo! Villager, hallo! Was willst du denn? Ich glaub, heute werden wir auch, äh, übrigens wieder an unserem, äh, Dings weiterbauen. Ähm, an unserer Farm. Ah! Hilfe! Ah! Ah! Ich will hier raus! Was? Okay, ich bin drauf... Nein, ist mir egal, dass jetzt ein Livestream ist. Ist mir sowas von egal. Aber was mir nicht egal ist, ist, dass grad Minecraft hängt. Aber wir müssen jetzt eh schlafen gehen. So. Geh mal weg hier. Boah, Juni, geh weg! Wenn der nicht raus aus meinem Haus will, dann hat er halt Pech. So. So. Oder beziehungsweise, wenn der vor meiner Haustür rumlungert. Und dadurch nicht in mein Haus kommt. Ah! So. Genau. Und jetzt haben wir einen wunderschönen neuen Tag. Aber dass grad am Anfang Nacht war, das war schon ein bisschen seltsam. Wir sind hier ja nicht in Minecraft Schwabidi-Tabidi. Denn wir sind hier in Minecraft Survival. Oder in Minecraft Der Baum steht im Weg. Holy Shit! Alter! Aber unsere Bergbank ist noch einsatzfähig. Hey, die ist aber gut versteckt inzwischen. Biegen? Ne. Leuchtfeuer? Okay, können wir uns nicht bauen. Ähm. So. Wo bauen wir denn letztes Mal? Ach so, ja. Genau. So. So, genau. Drei, vier, fünf, sechs, acht. So. Genau. Haben wir noch Seeds? Sekunde. Seeds. Ähm. Äh. Seeds. Äh. Ja, hier. Genau. Das war aber dumm von mir. Wir brauchen nämlich die Dings auch noch. So. Äh. Dann passt das. Dann machen wir hier. Obwohl hier machen wir ein paar Kartoffeln hin. Kartoschki! Wie man in Russland sagen würde. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Dann kommt hier wieder Weizen hin. Oder nee, komm, wir verbrauchen die vier Kartoffeln noch. So, genau. Äh. Ah. So. Und dann hängt es wieder. Ja. Alter, wie schnell vergeht denn die Zeit? Wir nehmen schon vier Minuten und neunzehn Sekunden auf. Alter, wie schnell vergeht denn die Zeit? So. Dann nehmen wir uns einmal. So, genau. Halt, haben wir eine Schaufel. Oder so. Ähm. Nee. Schade. Dann graben wir das halt mit der Hand auf. So. Egal. Ja. 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 wir gehen doch mit dir haben. So. Und dann hier noch einmal. Und. noch einmal. Dann hier noch einmal. Ah. Und dann fehlt hier noch eins. dann. Halt, da fehlt doch auch ein Eckchen. Oder sehe ich das gerade falsch? Hallo. Hallo. Jetzt. Hey, keine Ahnung wie das so das gerade gehangen hat. Ja. Genau. Und dann können wir hier wieder hin machen. Eins. Zwei. 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 Machen wir hier jetzt auch noch. Ha. Äh. Hallo. So. Okay. Das hat gerade bei mir ein bisschen gelebt. Ich weiß nicht ob es bei euch auch so war. Das leckt schon wieder. So. Oh. Hier wäre ein bisschen ungeschickt. Obwohl. Wir können das ja so machen. Ah. Nicht so. Weil das sieht blöd aus. So. Äh. Und dann dürfte es auch passen. Genau. Und dann können wir uns auch roh. Zwei. Stimmt. Wir haben zwei Eimer. Wieso mache ich eigentlich immer nur einen voll? Mit Wasser. Bin ich bisschen dumm oder bin ich bisschen klug? Ich weiß es nicht. Ich glaube ich bin ein bisschen klug. Hallo. So. Keine Ahnung. Wieso das gerade nicht funktioniert hat. Ähm. Dann können wir hier gerade nochmal. Dann können wir hier gerade nochmal. Oh. Oh. Aber da möchte ich dann wieder ein Band hinbauen. Oh. Oh. Shit. Hat sich das kaputtgegeht. Äh. Kaputtgegeht. Kaputtgegangen meine ich. So. Hä. Halt haben wir nicht noch Ackerboden irgendwo in unseren Truhen. Ich glaub schon. Ich glaub schon. Aber lass mal hier das so ein bisschen zu bauen. So. Jetzt lass mal gucken. Woah. Ha. Holy Shit. Also. Das war gerade gar nicht geplant. Aber wir haben es ja überlebt. Also von dem her. Passt schon. Ähm. Was fund ich jetzt? Achso. Ja. Nach Ackerboden gucken. Das dürfte glaub hier drin sein. Oder? Jawoll. Äh. Wie viele waren es? Ich glaub. Zwei. Keine Ahnung wie man sich das verabschiedet. Aber wir haben es ja gefunden in äh. Äh. In Elias äh. Kiste. Der ist ja ausgezogen. Hier nochmal der Beweis. Ich bin ausgezogen. Kesselix. Und wer sich denkt. Hör. Wieso hast du gerade Elias gesagt? Kesselix ist sein YouTube Name. Aber sein richtiger Name ist Elias. Jetzt können wir immer schön gegen den Baum knallen. Und das. Ah. Und das hängt dann. Jawoll. Zwei Ackerboden brauchen wir. Wow. Oh. Zum Glück ist es sich kaputt gegangen. Oh. Jetzt kommt da Wasser raus. Oh. Shit. Shit. Brigitte. Das geht bisher nicht. So. Genau. Und dann machen wir hier auch nochmal so hin. Ähm. So. Ähm. Hallo. Wäre cool wenn du nicht wieder hängen würdest. Ähm. Hier nehme ich mir dann noch ein Dört Sekunde. So. Hier. Dass sich alles schön gleichmäßig aussieht. Und so. Aber das sieht jetzt ein bisschen blöd aus. Wenn hier klar sieht. Dann setzen wir hier nochmal nochmal. Okay. Einen Erdblock setzen wir hier noch hin. Es muss ja schön natürlich und alles aussehen. Ich möchte ja dass das schön natürlich und so aussieht. Das möchte ich natürlich. Ah. Ah. Du bist so lustig Manu P. Ja. Danke. Ich weiß. Manu P. Wieso redest du eigentlich mit dir selber? Äh. Weiß ich nicht. Ja. Dann hör auf. Okay. Und jetzt. Passt auf Leute. Passt auf. Und. Da. Attacke. Wow. Ich wäre fast hier aufgeklatscht. Ah. Ich hätte so gelacht wenn ich jetzt gestorben wäre. So. Und. Dann schmeißen wir das weg. Die sind. Brauchen wir nämlich nicht mehr. Und hier könnten wir das auch mal vernünftig bauen. Ne. Ist schon ein bisschen dumm. So. Ah. Uh. Ah. Ähm. Und dann können wir uns noch ein bisschen tools quarten. Noch ein bisschen. Wir haben jetzt sicher noch Holz oder? Jawohl. Wir haben sogar noch Holz im Winter. Aber ich glaube wir verbrauchen erstmal dieses Holz. So. Hallo. Dann machen wir es halt so. Wärft zwar ein bisschen. Ah. Aber egal. Ah. So. Dann in unser Crafting Table. Ja. Genau. In unserem Crafting Table. Ja. Wisst ihr was ich meine? Ähm. Dann können wir halt. Ich möchte schon mindestens Stein Sachen haben. Wir haben ja sicher noch Stein. Ah. Ja. Wir haben noch Stein. Keine Ahnung. Nehm ich vielleicht auch 12. 12 sag ich. Genau. Und. Dann können wir hier. Äh. Ne. Stein pick ich es nicht. Aber Steinschaufel. Und. Steinhacke. Steinspitzhacke hätte ich auch gern. So. Äh. Axt meine ich. Ähm. Das reicht schon. Ja. Das wollte ich jetzt nicht unbedingt. So. Ja. Mona war doch aus Versehen. Hab ich doch gerade gesagt. Äh. Und dann können wir hier schön unser Dings rein. Hallo. So. Genau. Unser Holz kann wieder hier rein. Ah. Jetzt geht's. Und so. So. Ja Mona, ich weiß, ich brauche es nicht immer sagen, aber ich sage es halt eben immer, was ich mache. Weil Baum. Stehst du Mona? So bin ich halt. Mona, wie macht es die Mona? Äh, hallo, dann können wir hier unser Eisen noch reinlegen. Und dann wechseln wir mal kurz die Ansicht. Weil das reicht eigentlich schon vom Part. Äh, Sekunde, hier Grafik. Dritte Person Front. Und den Helm ausziehen, bitte. Und ich möchte auch nicht meinen Helm in der Hand haben, sondern gar nichts. Und ja Leute, dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über Like, Abo oder Kommentar freuen. Und ja, dann sehen wir uns auch schon das nächste Mal wieder. So, dann danke ich fürs Zuschauen. Und äh, tschüss. 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 Vielen Dank.